Hallo Ladies and Gentlemen, ich bin immer noch der Gapet Hero und wir sind hier immer noch bei The Evil Within und wir müssen hier ein paar Leichen ins Wasser schmeißen, damit diese Bestie ins Wasser ein bisschen abgelehnt ist. So. Schnell, 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 schnell. Oh fuck, oh fuck, da Blubats neben uns. So. Hier nochmal das Gleiche. Ah. Schneller, 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 schneller. So. So schnell setze ich keinen Fuß mehr ins Wasser. Ne. Verständlich. Nichts drin, ganz super. Die Sau wäre aufgestanden. Aber sie hatte doch ein Messer, ich will das Messer. Ey, die hatte ein Messer. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab keine Munition, ich hab gar nichts. Fail. Was gucken, ob ich... So einen. Einfach mitten in die Menge rein. Alter, die alte hat den drunter geschluckt. Können wir hier überhaupt überleben? Ich meine, das Spiel steht uns null Munitionsverfügung, null Leben, gar nichts, es wird immer mehr hier. Ich hab keine Munition mehr. Eigentlich könnte ich noch verschießen, ja. Was war's? Tot. Was? Ähm... Was sollen wir da machen? Das ist die Frage. Geht das jetzt weiter wie bei dem scheiß Drecksköter vorhin? Ich hab keine Munition. Ich hab nur zwei Bolzen. So. Granaten hätte ich zwei, ja. 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 Okay. Okay, ähm... Ja. Guck, das Spiel gibt uns keine Munition. Ach, so einfach geht's. Eine billige Kopie? So einfach geht's. Oh, ein Spiegel. Das kann doch nicht wahr sein. Was? Ist das dreckig hier? Ja, hallo, wenn du nur einmal im Monat vorbeikommst und nix machst. Ist das sein Werk? Niemals, Baby. Ja, wie geht's jetzt weiter? Da müssen wir unsere 20.000 Punkte noch von dem Viech vorhin investieren. Da schaut's euch an. Fast 29.000 Punkte. Die wollen investiert werden. Reserve. Ich glaube, wir können mehr Bolzen nehmen. Nehmen wir mal so. Mehr Speichhölzer. Mehr Spritzen. Ich tue jetzt einfach alles mal so ein bisschen auf hier hin. Und das war's auch schon. Wieso ist das hier alles so heruntergekommen? Und wieder den gewohnten Heorinflash. Heorinflash. Ach, hier wimmelst du uns so vom Wachen. Genau da müssen wir hin. Das ist das Ziel. Was solltet ihr denn mich sehen, Alter? Ist das dein Ernst? Hallo, Junge. Du hast ne Waffe in der Hand. Au. Die Wälder sind alle. Hier. Äh? Okay. Dann soll's mich halt in der Luft zerreißen. Nochmal. Nochmal. Drogenflash. Und raus da. Ich hab keine Munition. Das ist zum Kotzen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich brauch Munition. Zwei Patronen, ganz, ganz super Wow Brennt Nein Komm, mach auf Oh Gott, Pussy Haha Komm, mach auf Hallo Das sind die letzten zwei, die jetzt unten drin stehen Alter Ich hab nix mehr zum Heilen, ey Das gibt's gar nicht Nein, treff mich nicht, treff mich nicht, treff mich nicht Fuck Fuck Das heißt wohl, dass wir wir dann gleich nochmal machen Aber ihr seid ja Wiederholungen von mir gewohnt Wir machen ja so gut wie jedes Kapitel 20 Mal Und von daher sollte das dabei auch kein Problem sein Auch dieses Kapitel noch fünfmal zu machen Wir müssen es echt nochmal machen Oh mein Gott Ich würde den Polzen Nicht mal ne Schrotflickenpatrone, alter So So Ich würde den Polzen Scheiße, verschwindet der Schuss, verschwindet der Schuss Ey, ich bin zu blöd Bitch Schön 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 Ja, das wollte ich vermeiden Ich würde den Polzen Ich würde den Polzen Ich will ihm ins Bein schieben Ich will ihm ins Bein schieben Ey, das interessiert ihn gar nicht Und wie es dann weitergeht, sehen wir im nächsten Part Tschö Ich würde den Polz showen Ich würde den Polzen